Der Empfang war überwältigend, das war eigentlich fast zu viel, man konnte das gar nicht verkraften. Die haben mit ihren wahrscheinlich sehr begrenzten Mitteln extra ein Plakat gemacht. Da war so eine Energie da, das fand ich total beeindruckend und toll. Also das hat mich sehr berührt, ich habe eigentlich die ganze Zeit geheult am Anfang. Ja, die Mitarbeiter waren toll. Auch so viele Sachen einzustudieren mit den Kindern, die sie uns dann vorgeführt haben. Tänze und Spiele und ganz viele Lieder. Wir haben ein kleines Theaterstück zu sehen bekommen, so zu einem Lied, pantomimisch dargestellt. Sehr drastisch und doch auch sehr warm. Der klassische Weg nach unten mit Drogen, mit Alkohol, mit Gewalt, mit Mädchen und so weiter. Aber ich denke, das ist die Realität. Also die Gefahr, dass sie früh ungewollt schwanger werden, dass sie keinen eigenen Beruf haben, dass sie nicht rauskommen aus der Armut aus dem Viertel, dass sie vielleicht sogar Gewalt und Missbrauch zu leiden haben. Ich habe mir so die Vorführungen, die wir da bekommen haben, sehr bewusst angesehen. Und die Lieder, die Tänze, da ist was Schönes, was Geordnetes, was Klares. Und dass sie pädagogisch lernen zu denken, zu schreiben auf eine gute Art. Und ich glaube, das gibt diesen Kindern eine Struktur, die es ihnen ermöglicht, später ein ganz anderes Leben zu führen. Das Gefühl, die haben da wie ein zweites Zuhause. Also ihr Compassion-Zuhause haben die da und die Gemeinde ist da ganz, ganz wichtig. Was mich auch sehr gefreut hat, ich habe dann immer nach unseren beiden Patenkindern schon Ausschau gehalten. Und ja, doch anhand der paar Fotos, die wir im Laufe der Jahre bekommen haben, haben wir dann schnell rausgefunden, welche die beiden sind. Das war schön. Die Umgebung war wirklich so arm. Und dann hat sie uns so in diesem Weg, in dieses kleine Hütchen da geführt an der Hand. Und das war ganz komisch, ganz strange. Also nicht richtig real für mich, weil wir ja aus einer ganz anderen Welt kommen. Und sie hat da auch irgendwie nicht hingepasst in ihren schönen Schulsachen, die sie da anhatte. Und trotzdem ist sie dort zu Hause und lebt sie dort. Und das zu realisieren, das ist schon heftig. Vor allem wie winzig dieser Lebensraum ist. Also vielleicht sechs bis acht Quadratmeter oder so für die ganze Familie. Die Töpfe und ein paar Utensilien steht alles offen rum da. Zu merken, dass diese Schulkinder jetzt wirklich in dieser Hütte leben. Das war ein Schock. Erstens mal war ich total froh, dass ich diese Kinder jetzt mal kennenlernen konnte. Auch die Familien, die Mutter, wie sie erzählt hat und wie sie so berührt war davon, dass ihr geholfen wird, dass jemand ihr hilft und dass wir das in dem Fall waren. Das hat mich dann wieder total berührt. Also wir müssen das nicht nur im Fernsehen sehen und denken, das ist ganz weit weg, sondern wir können da eben wirklich was tun. Und für mich war das, glaube ich, ganz wichtig hier der Besuch, weil es sind ja 30 Euro, die wir für ein Kind geben im Monat. Und das war einfach so ein Betrag und man wusste klar, das geht an so ein Kind und das kann jetzt davon besser leben. Aber jetzt haben diese 30 Euro plötzlich ein Gesicht bekommen. Ein Leben steht dahinter. Da kann sich was verändern. Da ist plötzlich Hoffnung. Das werde ich nie mehr vergessen. In Kinder zu investieren, materiell, sozial, geistlich, ist das Nachhaltigste, was man überhaupt machen kann. Das heißt, es ist nicht nur ein Almosen geben, sondern es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, dass sie in einer Generation und das sind dann vielleicht 15, 20 Jahre, dass da sich komplett was drehen kann. Also ich möchte eine ganz große Empfehlung aussprechen, auch Compassion Pate zu werden. Ich denke, es ist wirklich sinnvoll. Wir konnten uns vor Ort davon überzeugen. Jeden, der vielleicht überlegt, Kinderpartenschaft wäre das für mich, 30 Euro im Monat. Sehr ermutigend, das zu machen. Viel besser kann man 30 Euro nicht anlegen im Monat als bei Compassion. Dann gibt's auch die Kostüm housing. Ich bin oben. Ich bin oben. Untertitelung des ZDF, 2020